Salve Leute, zurück zu Magica. In Kapitel 2 sind wir angelangt, Lephirn und ich. Hallo. Das sieht aus wie das Werk von Goblins. Sieht es? Uh, das ist ja nicht Vampir. Ich bin oft einer, Neva-Sevil-Wernim-Mever-Sevil, der Barber-Fäderer. Unsere Lebensgrundlage? Flood? Wie meinst du das? Es ist auf jeden Fall kein Vampir. Das müssen wir uns immer im Gedächtnis behalten. Halt, 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 halt. Da gibt es doch noch was zu looten. Zu spät. Komm schon! Oh, das Mauschen! Die haben doch was, oder? Oh, schade, ne. Ich dachte, die haben irgendwas. Brenne! Gut. Das war ja jetzt nicht so schwer. Ja, das kommt ja noch, kommt ja noch. Schau mal an! Guck mal, wir kommen hier nicht gerade. Oh ja! Oh! So viele Explosionen. Guck mal, jetzt haben wir hier einen roten Waldboden. Oh, was haben wir denn da? Regen! Okay. Und, äh... Wasser und Eis. Naja. Wasser und Eis? Nee. Doch. Hat sich kombiniert, oder? Wie? Ist das Wasser und Eis? Cool, Wasser und Eis habe ich noch nie ausprobiert. Wuh! Ja, da musst du auch an die Leertaste drücken, oder? Wenn du sowas erlernt hast. Und... Shoot! Oh, nee. So gut ist es, ne? Oh, nee. So gut ist es, ne? Oh, nee. So gut ist es, ne? Oh. 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 Und... Bäm! Und... Bäm! Ähm... Will ich nass werden? Ich auch nicht. Du bist schon nass, oder? Ah, nee. Warte. Warte. Ich... Bin nicht richtig angezogen. Ach so. Bis. Kannst du da einen Stein drauf schleudern? Stimmt. Oh. Vielleicht Feuer? Vielleicht ne Kombination aus beiden? Einfach an der Tür klopfen? Geht nicht. Hm? Geht nicht. Naja, schade. Gut, weiter. Halt, ich hab ne Idee. Das muss ich dir mal ausprobieren. Kann man das Wasserrad zum Stehen bringen? Das ist... Oh, nee. Oder? Kann man hier. Wo bist du nochmal? Da in die Richtung raus? Nee, schade. Aber vielleicht kann man da irgendwo hin? Nein. Geht auch nicht. Unsichtbare Wand. Okay. Ah, das Dorf. Ein Kontrollpunkt. Wollt. Warum sind Sie hier? Wie kommen Sie hierher gekommen? Sie sind schubba, schubba, schubba! Schubba, schubba, schubba! Jebba, schubba! Döfeln. Okay. Schon das bei dir auch? Ja, glaub schon. Ihr wollt nach Notfound? Ja, ja. Verschlossen. Untersuchen. Ganz offensichtlich ein roter Hirn. Naja. Geh mal weiter. Da, da, da. Oh. Workshop, warte mal. Das hab ich auch irgendwo schon gesehen. Du bist richtig. Das Malibus geht, Ma. Wo ist dieser Workshop? Diese Farbe, die konnten wir bekannt vor. Aus irgendeinem Spiel. Hm. Auf die Hügel? Ach Quatsch, wir sind Magier. Das Schild nicht. Nichts. Aufpassen. Explosiv. Die Bombenhainis einfach mit. Feuer. Da fliegen sie. Geh weg. Lass mich hoch. Ups. Wow. Nicht auf mich. Achtung, Granate. Steffern. Ja, ich war... Ich muss mich gerade erst befreien. Ja. Au. Granaten zu werden. Ich bin gerade umgeboxt worden. Geht. Du musst du alleine kämpfen. Weg. Von mir. Kannst du dich in deinem Schutzschild einsetzen? Oder unter denen diese komischen, äh... Lass mich los. Geht weg. Mit Stoß kannst du Bomben ausweichen. Hey. Das war cool. Das macht, glaube ich, keinen Schaden. Ich will auch keinen Schaden machen. Wie will sie irgendwann ein Wasser schubsen? Hm. Lass mich los. Na, wenigstens machen sie keinen Schaden. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. So, als das Schild weg ist. Brenne! Im Feuer der Hölle. Erledigt. Ja. Keine Sorgen. Das Sterben ist Teil des Spiels. Du brauchst nur einen Kumpel, der dich wiederbelebt. Oder... Nein. Genau. Wiederbelebung. Hätte ich ja die ganze Zeit machen können. Heilen musste ich aber selbst. Was ist denn jetzt Wiederbelebung für eine... Kombination? Falls du es noch nicht herausgefunden hast. Einfach mal mit dem Mausrad rollen. Dann kriegst du alle verfügbaren Formeln angezeigt. Leicht. Weißt du, was das Geilste ist? Meine Maus ist leer. Ah. Gut. Ach, Mann, ey. Ah, ne. Die ist doch nicht leer. Warte mal. Aber ich kann sie nicht bewegen. Ich kann zwar klicken. Da liegt übrigens deine Axt. Oder du möchtest das Schwert... Ja, ich kann meine Maus gerade nicht bewegen. Achso. Ich kann zwar klicken und irgendwo hinlaufen. Was macht gerade dieses Schwert, bitteschön? Äh. Das ist eine gute Frage. Noch schöner wäre es, wenn ich jetzt meine Maus bewegen könnte. Meinst du, das hängt irgendwie mit dem Wiederbeleben zusammen? Ich kann die Tasten drücken, aber nicht... Steck sie doch mal ein und wieder aus. Ja, toll. Und mit einer Funkmauze, das ist gut. Achso. Aber du gehst dann mal ans nächste Gebiet. Vielleicht funktioniert es ja dann... Ja, hier vielleicht. Ah, jetzt funktioniert es auch wieder. Ja, ich habe die Batterien kurz rausgenommen. Vielleicht ein Wackelkontakt. Ja, wie gesagt. Hier deine Axt oder dort oben das Stein im Schwert. Ich nehme beides. Nee, du kannst bloß eine Waffe nehmen und einen Stab. Hauptmanns Axt und... Ja, komm. Ach, du hast jetzt was Besseres, oder was? Ich habe mir jetzt vom Schmied einfach den Hammer geklaut. Ich weiß nicht, lass dich mal schlagen. Ja, komm, ich nehme meine Hauptmanns Axt. Komm, lass dich mal schlagen. Nein. Ach, das erzähle ich doch nicht so. Das überrascht mich. Ja. Die Goblins. Gut. Wevakul. Seid auf der Hut. Wevakul. Flat. Der Goblinwald. Und weg ist er wieder. Ich möchte auch so flammend entfleuchen. Kontrollpunkt. An den Wald erinnere ich mich sogar noch. Erinnerst du dich? Was ist denn hier? Oh. Kontroll. Kontroll, ist das meine Frau? Komische Frau. Ne, Moment, ist nur ein toter Eich. Tenagentra, sehr schade. Troll, äh. Aber eigentlich doch nicht aggressiv. Oh. Ah, jetzt geht's. Du heilst ihn? Ich lenke ihn. Hä, wieso heige ich ihn? Er hat es wahrscheinlich auf einen Eich. Ich lenke ihn ab. Guck mal, ich halte ihn auf und blitze. Dann kannst du... Alter, ich hab dem 7700 Schaden gemacht. WTF? Wie langsam der jetzt fällt. Ja, hallo. Der war ja auch geblitzt. Guck mal, da liegt seine Frau. Das ist der König des Waldes. Hat er ja keinen Loot? Nichts. Gibt's hier nichts? Anscheinend nicht so. Egal. Dann geht's weiter. Komm, lass dich mal hauen. Oh, guck mal, hier ist ein... Hilfe, ich komm da nicht per vor. Kontrollpunkt aktivieren. Da seh ich doch schon wieder was. Alter. Ich will ja mal nichts sagen, aber meine Maus funktioniert schon wieder nicht. Du und deine Maus. Okay. Immer meine Maus. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ich glaub, ich muss bei Zeiten mal die Batterien austauschen. Oh, hast du noch welche? Irgendwo müssten bestimmt noch welche rumliegen. Hihi, der hat sich selbst abgeschossen. So. Duah! Boah, Robin Hood. Ja, ich muss, äh... Im Schutzschild. Manu, äh, bin ich hier am verrecken, oder was? Werd auf, wie ich. Das ist ne gute Idee. Du musst mich mal kurz beschützen. Ich kann halt ja nichts machen, außer hier rumlaufen. Ja, ich töte dich. Und mich selbst heilen. Na, das ist doch schon mal was. Wie gesagt, die Maus, das kann ich verwenden, aber ich kann die Maus irgendwie nicht schieben. Ich halte mich jetzt einfach mal die ganze Zeit. Da sie alle durchs Wasser laufen. Die alle nass. Yeah, hammer time! Oh ja. Verflucht. Ich hab keine Reichweite mit dem Teil. Ach. Zur Not für dich. Natürlich. Warte mal. Halt, nein, das war falsch. Sorry. Ich wollte das machen, oder? Halt. Hä? Warte. Boin. Ach, ich bin auf der falschen Taste. Das und das. Geht nicht. Ach so, ja, die sind widersprüchlich. Das und das. Ist nicht widersprüchlich. So, ich hab jetzt ne Steinrüstung. So sieht's aus. Ach, Mann. Ich muss jetzt neue Batterien irgendwo auftreiben. Wuppa. Jetzt hätt's einfach rumgefallen. Ne, das bringt irgendwie grad nix. Ich muss mich mal kurz ausflinken. Wird jetzt wahrscheinlich eh verrecken neue Batterien holen. Ach, nix. Nix hier verrecken. Ich hab ne geile Rüstung. Ey, die ist wirklich gut. Da, 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 da. Erst der. Dann der. Zu guter Letzt. Du. Wie sieht's mit der Folgenlänge aus? Ich hab eigentlich meine Batterien mal austauschen. Wir sind gleich durch, glaub ich. Gut. Ah, ja, die Schlange kommt noch. Jormungandr. Ach, ja, daran erinnere ich mich sogar. Die ist relativ einfach. Wenn man eine funktionierende Maus hat. Hast du ne Notebook? Oh. Ja, habe ich. Aber soll ich jetzt mit dem Ding hier spielen? Die explodieren ja. Machen den anderen Schaden. Halt, ich muss meine Rüstung erneuern. Rüstung? Erde und Schild. Dann hat man so ne stylische Rüstung, die ziemlich gut abhält. Hab ich gerade so herriffstunden? Find ich das schlecht? Ach, der. Robben. Kielze, Kielze. Alle. Oh Gott. Jawohl. Den Stab will ich. Juhu. Ja, die Rüstung hält aber echt gut ab. Ja, die hält. Zumindest gegen die kleinen Wasser. Da oben ist ein Sauber. Oh, cool. Zunichtung. Aber sonst ist ja kein Loot. Auch wenn du... Was ist das? Guck mal, der Turm da unten sieht wohl cool aus. Komisch. Halt, meine Rüstung ist weg. Das macht wahrscheinlich Zunichtung. Kontrollpunkt erreicht. Ups. Was macht das jetzt? Nein, ein Troll. Ich weiß nicht, was ich jetzt habe. Hast du gerade auf mich gezielt? Nein, nein. Nein, nein. Natürlich nicht. Mann, ich krieg's ja nie. Erstmal die kleinen, die sind lästig. Natürlich ziehst du nicht auf mich. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit dem Notebook spielt. Der mit dieser komischen Touch fällt. Quick, quick, quick. Genau, frieren durch. Boing. In your balls. Oh, der geplatzt ist. Okay, dann machen wir hier mal Pause und du schaust mal nach Batterien, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.